Guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück zu Tricefusion. So, wir hängen ja immer noch in der Strecke und versuchen hier drauf klar zu kommen. Wir versuchen es. So, aber bis jetzt schaut es noch schlecht aus. Oh, bleibt doch dran an der Kiste. Aber wir haben ja noch ein paar Versuche und ein bisschen Zeit, um diese Map hier auch zu schaffen. Und wie kommt man eigentlich bei sowas noch hoch, wenn man nur mit dem Motor aufsitzt? Da habe ich noch nicht ganz so den Peil von, wie das jetzt abhauen soll. Ja, ne, so geht es nicht. Aber probieren wir es mal. Oh, fuck. Eigentlich schon wieder mit dem scheiß Motor hier fest. Immer dieser scheiß Motor. Wieso liegt der hier auch so tief? Es kann doch nie wahr sein. Ah, hau doch die Bremse rein. Und überschlag dich hier nicht. 111 Versuche. Ist ja schön hier. Ich will nur die Map hier schaffen. Das kann doch nie sein. Ne. Ich bin doch gestern auch so schön da rüber gekommen. Das kann doch nie wahr sein. Ich kriege da keinen Kontakt zusammen. Oh. Fucking. Richtig nervtöken gerade. Aber richtig. Hör. Hör. Oh, nö. Das ist ja richtig behindert. Merke ich gerade. So. Oh, komm doch endlich. Na, kommst du mal rüber da. Ja. So. Da lehne ich halt dran. So. Oh, Menno. Jetzt hänge ich hier mit dem Motor wieder fest. Na, komm hoch da. Das wird aber leider nix. Richtig blöd. Wenn man da mit dem Motor festhängt und einfach nicht rüberkommt. Ist schon echt assi. Man strengt dich an, Junge. Junge, was machst du hier? Oh, Menno. Ich gebe gleich die Strecke auf. Ohne Scheiß. Ich will die schaffen. Man kommt ja immer so stückchenweise hier voran. Und am Anfang habe ich recht gut mitgehalten. Muss man ja sagen. Das fand ich eigentlich schon schön. Aber. Was nicht sollen. Das soll wohl nicht so sein, dass ich das hier mal vor einem meiner Freunde hier schaffe. Oh, dann überdrehe ich mich hier. Mensch. Huch. Was ist denn da passiert? Oh, ne. Aber hatte ich zu viel Schwung. Ja, und dann läuft es auf einmal wieder. Oh, gut. So. Oh, nö. Och, Menno. Ich werde doch hier laufen verarscht vom Spiel. Oh, komm hoch da. Was solche Tonnen einfach schon so anstrengend sein können. Hätte ich mir noch nie gedacht. So. Oh, fuck. So. Rüber hier. Es gibt es ja nicht. Oh. So. Oh, oh, oh. Nee. Nee, nee, nee. Das darf doch nicht wahr sein. Nein. So. Nochmal. Oh, Mensch. Mensch. Das kann doch nicht. So. Oh, Mensch. Es kann doch nicht wahr sein. Ich häng doch hier schon seit 100 Versuchen, oder? Und komm da einfach nicht rüber. Ich stelle Mark mich nicht. Aber wie mich die nicht mag. Ach komm. Leck mich. Musst die schon wieder zurückfahren. Habe ich jetzt auch keine Lust zu. Ja. Ja, komm. Jetzt komme ich hier wieder nicht auf die erste Kiste. Ist ja klar. Oder auf die erste Tonne. Ich habe die Tonnen beleidigt. Mit dem Ausdruck Kiste. Haben die so wenig Grip, die scheiß Dinger. Was man hier einfach nicht hochkommt. Ja, richtig blöd. Ja, nochmal. Ich platz gleich. Und wie ich hier platz. So, komm. Mein guter Junge. Das kann doch nicht wahr sein. Dass der hier nicht rüber will. Komm. Mit der Ruhe. In der Ruhe liegt die Kraft. Aber wie ruhig muss ich hier sein, dass ich so kräftig bin, um die Stelle hier zu schaffen. Mann, und dann bleib ich mit dem fucking Hinterrad da so blöd hängen. Nach dem Sprung. Alter. Mann. Kann man sowas glauben? Nö. Muss man sowas glauben? Ja, leider. Ich bin doch nur hier hoch. Aber das sieht mal schlecht aus. Aber sowas von. Oh. Oh. Ich dreh am Rad. Oh, nö. Nö. Was war denn jetzt? Ach so. Okay. Eine Esch am Esch. Habe ich da bekommen. Ist ja auch nübsch. So. Oh no. Ich glaub's nicht. Ich komm da nie rüber. Mensch. Ich. Auf einmal schafft man's so random. Und rechnet nicht damit. Ohne weiteres Zutun. Oder ohne großartiges Zutun. Komm ich da gerade nicht rüber. Oh. Oh no. Oh. Dann überdreh ich hier. Wollt ihr hier ein Weagli machen? Mann. Komm hoch da. Oh. Dann crasht er hier. Die Nase crasht hier. Und gleich nochmal. Gleich ist auch gut gesagt. Sind ein paar Sekündchen vergangen. Aber die Nase crasht halt nochmal. Das kann doch nie wahr sein. Die erste schwere. Die User erstellte Map mal wieder. Die mich hier in Artem hält. Ja. Das gibt es doch nicht. So. Oh Mensch. Oh ne. Ich weiß ja nicht. Wieso ich mich quäle. Ohne Scheiß. Das muss ich nur noch wiederholen. Und so weiter geht. Mach ich bald das Let's Play dicht. Also das hier. Wollte ich aber auch immer gucken. Was ich dann stattdessen mach. Komm hoch da. Es will mich doch verarschen. Die ganze Sache. In dem Raum wird es auch schön langsam warm. Als ich keinen Grip mehr auf dem Gamepad hab. Ist ja auch schön. So. Ich musste mal nach unten blicken. Weil ich mein Mikro ein bisschen gestupst hatte. Das böse Ding. Nee. So komm ich da nicht hoch. So auch nicht. So komm mal hoch. Nein. Ich will doch nur da hoch. Oh fuck. Komm. Ah. Nein. Weil ich einmal zu kurz springe. Einmal. Und dann bleib ich da hängen. Mann. Du Mistmatz. Scheiß Strecke. Nee. Die ist gut. Muss man echt zugeben. Die ist schön gemacht. Ist auch schön anspruchsvoll. Das ist eine Schwere der Schweren. Also. Die Strecke. Ist schon eine Hanglage zum Extremen. Deswegen scheitere ich hier aus. So kläglich. Gerade in diesem Moment. Weil es einfach behindert ist. Oder weil ich behindert bin. Halleluja. Halleluja. Das mag mich hier heute nicht. Nee. Hilft nicht. Muss ich Strecke verlassen. Nehme ich halt was anderes. Vielleicht kommt ja mir noch was in die Quere. Was ich noch nicht hatte. So. Nee. Nehme. Genau. Puste mir den Schuh auf. Area 01. Hab ich auch schon. Hab ich noch nicht gemacht. Probieren wir es halt mal mit der. Vielleicht schaffe ich die ja auf 4 Minuten oder so. Da wäre ich stolz auf mich. Ich setze mich mal wieder um. Wie gehabt. Wie immer. Ich gucke mal auch auf die Uhr. Dass ich weiß wie spät das ist. Ach so. So spät ist das. Also so viel werde ich heute nicht mehr aufnehmen. Vor allem war ich eh schon wieder so gekonnt safte. Oh. Oh. Bleibst du stehen? Ava Junge. So. Und da. Da lege ich mich hin. Wirklich mein Ernst. Dass ich mich da hin lege. Und dann springe ich hier zu hoch. Was soll denn das einfach? Da ist noch ein Checkpoint. Wie soll ich denn den erreichen bitte? Den muss ich aber nicht erreichen. Das ist ja mein Glück. Oh nö. Was für ein blödes Ohr. Oh. Ich will auch nur da hoch. Und das ist relativ easy. Ich sollte mir mal Zeit lassen. Oder auch nicht. So. Oh. Kann man sowas glauben? Ich komm da nicht hoch. Weil sich die Schräge hier nochmal ändert. Oh. Bleib doch dran hier. Bleib doch einfach nur dran. So. Und das Wasser nervt mich grad. Weil ich auf die Toilette durfte. Das muss. Nee. Da kriege ich meinen Drang. Meinen Hahn. Drang. Na ja. Fahr zurück. Weil es so schön ist. So. Komm rüber da. Ich hab gesagt rüber da. Wieso hört er denn nicht? Ich bin ja voll assi. Man hört mal mit dem Wasser hier auf. Oh. Menno. So. Aber. Aber. Aber jetzt. Checker. Oh nein. Ich komm in den scheiß Checkpoint nicht rein. Wieso? Ich glaub's nicht. Oh. Geh doch hoch da. Nee. Will er nicht. Weigert er sich. Ja schön. Was er das macht. Na komm. Dann schafft man's ein einziges Mal. Und wird so mit den Checkpoints verarscht. Das kann doch nicht wahr sein. So. Komm. Hoch da. Oh. Jetzt komm schon. Nochmal. Ja. Das ist mit den vier Minuten. Wird nix. Das sehe ich jetzt schon kommen. Boah. Leck mich. Doch fett. So. Nee. Nee. Ich breche ab für heute. Hilft ja nicht. Ich will nicht mehr. Ende. Ich safte hier wie ein Blöder. So. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Auch wenn wir heute nix geschafft haben. Aber. Wir hatten Spaß. Hoffentlich. So. Ich bedanke mich und tschau. Bis zum nächsten Mal.